Was geht ab, ihr Ringel, und herzlich willkommen zu meinen nächsten CW-Clips auf meinem Kanal. Ja, wenn ihr das Video seht, bin ich gerade noch in Amerika. Das heißt, die Clips sind wieder ein bisschen älter. Ich habe ja alle Clips, die ich so in der letzten Zeit erst spielt habe. Das waren ungefähr so 10 Minuten an CW-Clips, alle ein bisschen aufgeteilt, so dass ihr zwei oder drei Folgen CW-Clips habt, anstatt einfach eine große. Ich glaube, das ist einfach viel besser. Außerdem sind die CW-Clips natürlich wieder alle mit Facecam. Macht auf jeden Fall weiter so mit dem Support, bockt echt absolut. Ich bin jetzt einfach vier Wochen oder so nicht da, aber danach geht es auf jeden Fall wieder motiviert weiter. Und da würde ich einfach mal sagen, lasst auf jeden Fall mein Like und ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und viel Spaß mit diesem Video. Nein, ich habe null Blöcke. Ey, uns sind jetzt ein zweiter Tag. Boom Down. Das ist nicht stark. Hä, warte, 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 warte. Haben wir jetzt keinen... Ich hoffe, ich darf nicht... Hab den Aufdown, hab den Aufdown. Höflich, ich treffe mich. Er rennt zurück. Ne, er rennt zurück. Er rennt zurück. Ich mache jetzt. Ja, okay, mach jetzt. Jetzt kannst du. Aber du schießt hier unten noch nicht auf, oder? Komm, es ist auf. Er checkt sich, er checkt, er checkt sich. Bo hat drei Hits. Wo bin ich auf? Geht, geht bitte. Über dir, über dir. Jetzt komm. Ja, mal. Wurzum. Da. Der Bo hat drei Hits. Von links dann. Pascal. Er hat eine Rot. Ich hab ihn. Ja, ist gut. E-Test, E-Test. Neul, E-Test. Ja, mobile, mobile. T-T-T-Eins. Eins. Zwei, hab ihn. Hab eins abgebaut. Hast du... Hast du... Hast du... Hast du... Ich hab auf jeden Fall noch einen, Leute. Ich hab einen T-T. Komm mal auf und komm mal auf den E-Test. Siehst du den E-Test? Geht weiter links. Ich weiß nicht, was ist die Schicht hier, natürlich, Alter. Wir sind zu dritt, zu dritt, zu dritt. Ich hab... Hab einen. Nochmal 10, 10 gleich. Nochmal 10, 10. Jetzt 10, 10. Jetzt 10, 10, 10, Leute. Noch ein 10, 10, noch ein 10. Nice. Noch ein 10. Wie fahren die? Noch ein. Alles Gold, was sie haben, halt. Jetzt, jetzt. Vorne, jetzt, vorne. Bad, bad, bad. Sauber. Schluss, ja, du. Nice. Ich hab alle drei. Haha. Wie ich das eine abgebaut hab. Ähm, EP, 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 EP. Okay, ich geh doch runter. Wo, wo, hinten drauf? Hinten drauf, was sagt. Hat einen Schatt, David? Nein. Er ist gewebt. Okay, da ist es noch. Da ist schon eine gebaut. Da ist schon eine gebaut. Ich weiß nicht, ich werde jetzt noch gesperren. Da ist doch schon eine gebaut. Bung down. Baseball? Ich hab Baseball down von Höhe. Der ist immer noch unter euch liegen. Ich weiß nicht, was ihr verpasst habt in eurem Leben. Blechendabt. Heck. Heck. David. David, zurückkommen. Uh, David. Stehen, David. Einer down, glaub ich noch. Er baut, er baut unter dem Mondsteck. Er wird's take easy. Safe EP. EP, 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 EP. EP, EP, EP. Schritt, Schritt, Schritt. War noch. Hast du schlagen. Der hat den schlechtere Griff, David. Hast du schon den? Ja, plus David ist auch schon los. Ich muss schnell hoch, Jungs. Rot down. Oh, ich glaub doch. 44. David, du musst aus Bett. Okay, bet free, bet free. Geh drauf, geh drauf. Ich bin down, ich bin down, ich bin down. Nice, Junge. 42, Junge. Echt gut ausgespielt. Ja, alles analysiert. Hast du EP dabei, David? Ja. Ja. Ja, du bist du. Der wird gleich drauf, den hinter dir. Ja, dann komm. Kommt an. Der geht jetzt drauf. Aufs Dach. Komm, bau, 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 bau. Schön. Bung ist one hit. Bung ist one hit. Ja, dann. Ja, Bung Down. Ja geht hoch! Es gibt jetzt absolut keiner auf. Kann ich jetzt rein gehen? Ja. Drei und Web. Warte, Chili, start your body. Machst du nur Rockfairer? Start your body. David, mach 0,52. Mach. Jetzt hat absolut keiner. Wo machst du denn jetzt hin? Das ist... Das ist nicht auf die... Äh, bent offen, bent offen. Peace. Ja, nice. Ah. Mach mal stärken. Wir müssen fast schon. Wahrscheinlich scharf oder wo? Oder mobile. Eins von beiden müssen wir sein. Ah, ist cool. Der andere steckt sich hinten raus. Der steckt sich hinten raus. Ab rein. Nice. Sofort weg konnten. Der steckt... Der hat sich eingebrochen. Oh mein Gott, Junge. Der schockt. Ich hab ihn unten nochmal getroffen. Ganz unten. Perfekt neben die UCS. Nice. Schön, Jungs. Ja, eine noch am Spawn. Wer ist hinter dir? EP! Hat er was? Ah, das EP ist doch... Ah, Junge! 12 Elo, Junge. Es wurde einfach nicht gecallt. Und er hatte Stärke und ich hatte nur Goldshot. Nein! T reconoc. ah